Die Bundesliga hat Pause, die ersten 17 Spieltage sind vorbei und heute zeige ich euch mal die Top 10 der besten Torhüter der Saison 21-22 bis jetzt. Dann viel Spaß! Kommen wir zu Platz 10. Ja, auf Platz 10, Radecki von Bayer 04 Leverkusen. Er hat 17 Spiele absolviert, also alle, hat eine Paradenquote von 70,2%, eine sehr gute, das werdet ihr gleich noch sehen, 28 Gegenteuer und hat 4x zu 0 gespielt. Auf Platz 10, Radecki. Kommen wir zu Platz 9. Und zwar auf Platz 9, Ortega von Arminia Bielefeld. Er hat 16 Spiele absolviert, hat eine Paradenquote von 72,2%, 22 Gegenteure kassiert, dazu 4x zu 0 gespielt. Auf Platz 9, Ortega. Kommen wir zu Platz 8. Auf Platz 8 haben wir Giegewitz vom FC Augsburg. Er hat 17 Spiele absolviert, eine Paradenquote von 64,9%, 26 Gegenteure, hat aber auch 5x zu 0 gespielt. Auf Platz 8, Giegewitz. Platz 7. Ja, auf Platz 7 haben wir Riemann vom VfL Bochum. Er hat 16 Spiele absolviert, hat eine bessere Paradenquote mit 73%, ebenfalls auf 24 Gegenteure kassiert, dazu 5x zu 0 gespielt. Auf Platz 7, Riemann vom VfL Bochum. Auf Platz 6 haben wir Baumann von TSG Hoffenheim. Baumann hat 16 Spiele absolviert, eine Paradenquote ein bisschen schlechter von 68,1%, 23 Gegenteure dabei aber nur kassiert und 5x zu 0 gespielt. Auf Platz 6, Baumann. Kommen wir zu Platz 5, der besten Bundesliga-Torhüter, 21,22. Auf Platz 5 haben wir Kastels von VfL Wolfsburg. Er hat 15 Spiele absolviert, eine Paradenquote schon ein bisschen schlechter von 61%, aber auch nur 23 Gegenteure kassiert. Dazu hat er 5x zu 0 gespielt. Auf Platz 5, Kastels. Kommen wir zu Platz 4, da haben wir Zentner von Mainz 0,5. Er hat 17 Spiele absolviert, eine Paradenquote von 69,6%, dabei 17 Gegenteure kassiert, also eine super Quote und 6x zu 0 gespielt. Auf Platz 4, Zentner. Kommen wir zu den Top 3, der besten Bundesliga-Torhüter, 21,22. Ja, Manuel Neuer haben wir auf Platz 3. Er hat 17 Spiele absolviert, eine Paradenquote von 69,2%, dabei 16 Gegenteure kassiert in 17 Spielen. Und halt 6x zu 0 gespielt. Auf Platz 3, Manuel Neuer. Ja, kommen wir zu Platz 2, da haben wir Lute von FC Union Berlin. Er hat 17 Spiele gemacht, eine Paradenquote von 66,1%, dabei 21 Tore kassiert in 17 Spielen, dafür aber auch 6x zu 0 gespielt. Auf Platz 2, Lute. Ja, dann kommen wir zu Platz 1, dem besten Torhüter der ersten 17 Spieltage der Fußball-Bundesliga. Auf Platz 1, Flecken von SC Freiburg. Ja, er hat auch alle 17 Spiele absolviert, eine super Paradenquote von 79,5%, dabei 16 Gegenteure nur kassiert und auch 6x zu 0 gespielt. Auf Platz 1, Flecken. Ja, liebe Fußballfreunde, das waren die Top 10 der besten Torhüter 21, 22 der Bundesliga bis jetzt. Wie gesagt, die Daten habe ich von kicker.de. Welcher dieser Torhüter oder überhaupt, welcher Torhüter findet ihr am besten aus der Bundesliga? Nicht vergessen, meinen Fußballkanal zu abonnieren. Danke euch. Bis bald. Tschüss. 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 Vielen Dank.